Hallo und Willkommen zurück zum Marvel's Midnight Suns. Wir müssen Shaddam besiegen. Ja, das wird wahrscheinlich ganz einfach. Handa muss sich den engsten Verbindenden im Wienlandzone zusammenschließen, um die Gegner zu bekämpfen und Shaddam zu besiegen. Bestimmte befallene Gegner, ich denke mal die Lillen, wo man hier auf der rechten Seite ein bisschen sieht, jede Welle ist viel stärker als normal, besiege diese befallene Gegner, um die Karte Siegel repartieren zu bekommen und zur nächsten Welle zu gelangen. Okay, dann schauen wir nochmal. Teufel und die Fläne geht. Blöde Frage. Was soll ich mit der... Mit dem Schnelleangriff. Gewährt ein Gegner, volles Blocken und viermal Stärken verschöpfen. Das ist natürlich nicht schlecht. Was ist das? Die nächste Sonnenkarte, Schadenskarte verursacht und es hat sich sofortiges K.O. Klingt gut. Klingt gut. Würde ich mal tun. Sofortiges K.O. Würde heißen, ich suche mal den stärksten blöden Gegner raus. Mach den Platz. Das hast du dir verstanden. Natürlich an Lillen. Richtig, die Aktion. Da haben wir schon mal einen weniger. Das werde ich zum Nutzen wissen. Naja, was kriegen wir hier? Kein Karot, das ist das Problem. Aber ich würde sagen, wir machen was mit Blocken. ... Oh, der K.O. Der K.O. Die Lady. So, drei Punkte haben wir noch. Du kriegst auch nur 90. Dann hätte ich Dich da schon mal vorknissen, du. Aber wir können das dann gefährlich werden. Aber, okay. Da krieg ich nicht alle zwei da oben, ne? Das wär günstig, ne? Bin dabei! Da krieg ich überst einen. Ich muss ja was tun. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Na, wir heben den einen auf. Ich könnte zwar da unten noch was machen, oder? Nee, da ist ja eh shit. Also komm, schauen wir mal, was er drauf hat. Oh shit. Oh shit. Keine Ahnung, was das ist, ne? Versuch's weiter. Vielleicht hast du mal Glück. Ihr will! Sie hoffen, dass sie mich zermürben können. Kann ich da befreien? Ich bin bloß zu zweit gegen die ganze Aude da. Und dann auch noch Verstärkung, ne? Ihre Kinder sind bald bei uns! Oh shit. Oh shit. In die Schuppsler legen ich nochmal hier. Wir haben das Interesse nicht verloren. Okay. Wie kannst du uns verleugnen? Wir waren lange vor euch Teil dieser Welt. Wir müssen noch lange bleiben. Okay. Zurückläufen? Diese Welt schafft es auch ohne dich. Diese Welt hat keine Waffe. Die, da kann man zurückläufen. Diese Fanatiker sind alle gleich. Die, da kann ich nicht gehen. Ich bin alle gleich. Ich werde zurückwerfen. Wieso kann ich... Ich müsste einfach da her. Ich werde zurückwerfen. Ich werde zurückwerfen. Ich werde zurückwerfen. genau wie in all die zeiten da hätten wir noch mal eine schimmel ich glaube im gefährlichsten sind die da bin mir ganz sicher ich habe keine lust dass der da draufgeht verkettung einmal ach der schützt dennoch zweimal ich weiß nicht ob ich das machen soll oder den für dich ist es vorbei deine gewalt sollte man nicht unterschätzen so schnell dritt wir zurückwerfen wahrscheinlich können wir weg natürlich warte mal wo der das ding hat wir machen es 90 ich kann ja nicht was da was ne da nicht das ist nicht gut schwarf sogar für hydra so ich kann wieder zurückwerfen oh das ist gut du hattest deine Schatten du hast glück dass du noch atmest so weißt du was ich halte dich mal seh die farbe des lichts das habe ich gebraucht so heiliger strahl kriegt einen gegnern gibt mir schaden zu PARKS die zweig den fast 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 ack das habe ich noch nie gesehen das hat ziemlich gut ausgesehen ja mist ich habe ja keine punkte nachziehen kann ich noch die würde ich nur noch mal machen deiner stärke unnötig das wacherein das ist primär muss er natürlich den ländern weg bringen das ist ja klar aber sind natürlich nicht gegen darige schaden und wir sind ja los zu zweit von die rufen ja die ganze zeit wir haben ihre konzentration noch nicht verloren das siegel es ist möglich wir versuchen es war mal halt lang uns geht es eigentlich ganz gut ich muss natürlich ein gegner weg bringen den bringen wir weg der schon mal kann mehr rufen ja vollkommen wurscht das dürfte die sache interessant machen so machen wir schnell ich habe so etwas schon mal gesehen vor jahrhunderten das ist natürlich toll ich hätte es dann raus das ist er wirst du nicht das ist aber wir haben wir zu ma in wir Nicht, Blitzel! das ist so teuer ich meine sind zu wenigen im wirkungsbereich drin das muss ich fast machen genug gespielt wenn wir die wegbringen das ist definitiv so ist die keuge das war es jetzt ja als maul jetzt wird geblutet glauben wir nicht dass er dort durch bluten lust das sieht doch ganz gut aus dem hätte ich gerne recht gehabt so jetzt müssen wir jetzt abdürfen ich kann nicht mal kurz durchatmen naja bald ist das ober und wir werden noch ewig herrschen 742 das habe ich gebraucht das sehe ich auch so einmal schnell wenn er noch zammelt fähigkeit ist es schon mal nicht schlecht ich hoffe was hier noch so ist er lasst mir hier es tut mir nicht gegen warum warum wer kommt als nächstes lasst ein paar für uns übrig das kosten muss zwei haben wir auf den 70 moment wir werden alle erinnerungen an sie auslöschen wir werden alle erinnerungen an sie auslöschen so schauen wir mal dass man doch vielleicht noch die einen oder anderen weg jetzt wird geblutet jetzt wird geblutet so der ist leider nicht weg das ist zu ok aber ich habe gesagt du bist ziemlich platt ne so die erste klar in welchen schwierigkeiten du steckst Kumpel als auf oder wer mich berührt der stirbt Du bist schon so weit gekommen, Hunter. Zusammen ist alles möglich. Das ist deine... wahre Bestimmung, Hunter. Du hast deine Chance zu entkommen. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Ja, okay. Kostenlos. Du hast das erste Siegel aktiviert. Es funktioniert. Weiter so. Wer ist das? Die Magic? Warum die? Muss das sein? Du musst ihn mal... Du musst mich verarschen. Du musst mein Kollege. Du kannst ihn aufzunehmen. Okay. Sehr effizient. Na klar. Sie haben Ihre Pläne nicht geändert. Das Siegel bringt ihn in sein Gefängnis zurück. Unser Tiefschlaf ist vorbei. Wir kehren nicht dorthin zurück. Heilen. Das ist sehr gut. Ich habe auch noch sehr viel Energie. So. Kraftvolles Zurückwerfen. Die da müssen wir knüppeln. Okay. Mit Gruppenstitz. Kriegen wir auf jeden Fall noch mal weg. Das hast du jetzt! Ah! Du gewinnst mit großer Gelassenheit. Schmerz-Magic. Okay. Was haben wir hier? Kraftvolles Zurückwerfen. Du gehst halt nicht drauf. Das ist das Problem. Und vermutlich auch nicht, ne? Nichts. Ja, das kann ich auch machen. Das ist aber ... ... das bringt nichts. Ich habe keinen ... ... Gegner mehr da, wo ich ... ... so lockerflockig weg machen kann. Dein Schicksal ist besiegelt. Deine Mutter verlässt dich. Keine Gnade für Liliths Diener! Lauf mir jetzt weit weg. Ich krieg schon alleine was. So. Das ist schnell. So. Die zwei Geräte. Sei froh, dass du noch Luft bekommst. Also. Sind wir noch nicht fertig. So, Kraftschuss zurückwerfen. Ich bringe dich da nicht rüber. Ich bringe dich da hin. Ich bringe dich da leider nicht vorbei. Das bringt mir nix. Ich bringe dich da hin. Ich bringe dich da hin. Okay. Dann haben wir zwar jede Menge Pumpe, aber ich hab nichts in der Nähe. Ich bringe dich da hin. Okay. Den krieg ich nur weg. Dann verfolgt nicht. Ich bringe dich da hin. Die sich er in der Nähe hat. Ich bringe dich. Ich bringe dich. Du kannst dich wirklich bei mir unbeliebt machen. Wir waren immer bei dir. Das war schon immer so. Gehen wir den einen weg. Das ist gut. Du bist ein Nichts gegen das, was ich schon gesehen habe. Und getötet. So, was haben wir denn hier? Die ist auch schnell. 317. Ist ja keiner da, der wo... Der da, der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. So. Erhalte andere Unverwundungen, so zu provozieren gegen alle Generalen Erschöpfen. Warte mal. Alle Gegner nehmen einen Gewicht. Schaden? Ich werde es kurz machen. Du bist stark, genau wie in den Geschichten beschrieben. Die Aktion ist nur in der Stadte dran. So, heiliger Stahl, den könnten wir nicht geben. Das ist aber noch nicht so. Das hast du dir verdient. Spüre meinen Ohr! Ich krieg nichts. Das würde ich kriegen. Dich würde ich auch weh gehen. Wenn ich dich mal da ganz weg tun. So, Körperstatz. Und zurückwerfen. Dein Schicksal ist besiegelt! Das Brett geht wieder auf jeden Fall. Blades hat mir gesagt, ich solle deine Mutter erwähnen. Scheinbar fährt sie mehrgleisig. Mal sehen, ob sie eine Antwort darauf haben. Nein, das will ich nicht. Zum Glück ist die Katte da unter irgendeinem Gegner immer versteckt. So, jetzt schaut es da ganz gut aus. Was für dich funktioniert. Du musst dir schon was besseres einfallen. Aber die haben natürlich mit 300 Zonen. Kommt auf mich zu! So, jetzt schauen wir mal, was haben wir schnell. Zurückwerfen. Schnell! Hey, hey, hey. Hey, so kriege ich den runter, nicht? Hey. Machen wir so hinzu. Das hast du dir verdient. Und wieder fallen Lilifs Diener. So, ich hab die Aktion erstellt und ich hab das Ding gerichtet. So. Das weiß er jetzt ja ganz genau, was das ist. Druckensturz. Was haben wir hier? Nein. Nee, mach mal noch. Kraftvolles Zurückwerfen. Aber kraftvolles Zurückwerfen. Du bist weg auf jeden Fall. Geh besser gleich auf. So, Mitternachtsanne brauchen wir nicht. Wir machen auf jeden Fall Kling und Sturm. Die Zeit ist knapp. Was ist denn los? ich bin beeindruckt das nächste siegen kann man auch machen noch ein siegel ist aktiv jetzt kommt der ghost rider und magic ist weg wir dürfen jetzt praktisch die ganze zeit nur zu zweit kämpfen keine karten mehr ist klar da kann der gegner mit auch 3 sie haben die schicksal gewählt die scheiße bin ich schon mal rein was ist das ihr werdet einen karten auf deiner hand kostenlos und ziehe an die karte erschaffen ich höre aber nicht so das ziel entziehen und die tolle sind noch da wir haben keine leichten die müssen wir sprechen da geht das ist das aber ich halte mich ich corner mich nicht du ich du 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 ich du ... wird unermesslich verletzt. Du hast dein Schicksal gewählt. Lege deine Hand ab, ja, das will ich nicht. Ich bringe den weg. Wenn ich... Ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt. Ich hab sogar mal einen Karte. Wir leben so hoch. Wir leben so hoch. Alle werden geritten! Unbedeutende Kreatur! Alter Tabletts Maul! Was ist jetzt denn schon, was passiert? Du verschwendest wertvolle Zeit. Ich stehe mal überfahren worden. Blöde Kuh! Niemand kann... Niemand kann... Niemand kann... Niemand kann... Du bezahlst den höchsten Preis! Du aufrecht... Das hat er einрийend. Du fahrst damit. Diero... Du bist doch toll! Wir zeigen es dir noch... Und da können wir euch zwei ran. Na, drei sogar. Warum nicht? Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht bei vier bleib. Dann könnte ich vielleicht eine blöde Tussi da killen. Dieter vielleicht. Ja, den könnten wir auch noch in der Runde titschen, aber ich glaube, ist das besser. Ich denke, einen Punkt werden wir kriegen, oder? Ne, ne, das machen wir nicht. Du handelst dir nur mehr Bestrafung ein. Ihre Hartnäckigkeit ist ärgerlich. Ich stehe doch auf Bestrafung. Der Punkt gibt es mir. Bald sind Sie da. Ich denke, wir werden es mummeln an. Ah ja, da war ja was. Du wirst niederknien. Ich sitze in der Falle. Was? Ach, komm. Vielleicht sollte ich mich geschmeichelt fühlen. Das macht doch nur schade. Ich glaube, es ist ja nur... Ich glaube, es wird nur acht Kilometer Buesch aus Blatt aussehen. Das Licht wird dich heilen. Ein wahrer Verbündeter. Oh, okay. Jetzt würde ich mal einfach schnell. 120 Kilometer, oder? Was ist denn das? Ist das auch schnell? Der macht natürlich schon einen Hau. Schade ist der. Ich bringe ihn dann mal ganz weg. Dich bringe ich weg. So. 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 Bliebenslager hätten wir hier, aber es gibt bloß dreimal Gehälders. Dann machen wir das jetzt am besten. Da hätte ich einmal schnell. Das Zurückwerfen schneller. Da muss man natürlich die blöden Nesten, wo man da nicht machen kann. Was sind die anderen? Die haben noch volle Energie. Ich weiß ja nicht, wen da was kann. Kann ich dich zurückwerfen? Nein, Lilith Tag ist gekommen! Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Die hat sich erlöscht. So. Ein Hellwald hätte ich noch. Der liegt aber dann alle ab. Zurückwerfen in eine beliebige Richtung. 400 und irgendwas. Schaden zu beheilen. Eigentlich sollte ich den heilen. Ich verlauere, was er ist. Ich bin mit dem Hellwald. Ich bin mit dem Hellwald. Ich bringe es vermutlich auch mit hin. Ich bin mit dem Hellwald. Wenn ich da hergehe. Und da drüber sitze. Ich bin mit dem Hellwald. Es ist gefährlich. Ich bin mit dem Hellwald. Da her. Ist das eine Scheiße? Da hätten wir noch einen Liebensraum. Dreimal. Ich bin beeindruckt. Den hat es noch bestellt. Ich bin beeindruckt. 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 Natürlich kriegen wir wieder Heile. Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Das managers. Wieder Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Aber ich muss wieder belegen, dass ich weiß. Es gibt noch viele Wagen auf mein Urteil. Es ist das Tor. Es ist das Tor. Es ist das Tor. was immer den zweck erfüllt ich weiß es noch nicht so ganz das ist das das ist das 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 Lass ein paar Das war jetzt glaube ich nur, wenn man so übel oder so ganz übel Zurückwerfen Das ist kraftvoll Auf dich gehen wir hin Das ist gut Ja, sonst mehr hast du wirklich nicht drauf Der Schmerz geht vorüber Versuch das ja an Ah, die ist ja auch da Okay Wie oft war das jetzt Kommt somit an der blöden linken Nummer noch Die haben es immer noch auf mich abgesehen Ach nee, wirklich? So ging es mir schon einmal Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll Was ist das? Was ist das? Warum? Dass du nicht die Richtung drehen kannst Ja, das ist ganz so doof Du stimmst mir noch sowieso, oder? Sie bewegen sich Was haben wir denn da noch? Kann ich dich markieren? Warum hat sie jetzt da Warum ist sie da weggerannt? Das hat sie nicht von da aus machen können, oder? Ach, die blöde Sünde Du wirst schon wieder im Sack Was haben wir denn noch? Was wollen wir denn machen? Ich bin zurück zu deiner Mutter. Ich kann es natürlich nicht wiederbeleben. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Wie vielleicht alle zwei. Natürlich nicht. Okay. Seelen ziehen kostet 3. Das haben wir nicht sowieso. Verkennung 4. Okay, das ist das gleiche. Dann weg. Warum Opfern? Warum? Das ist absoluter Scheiß jetzt da. Ich kann aber nichts mehr machen. Das Feuer brennt immer heller. 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 Ich werde nicht noch einmal fallen. Was sie auf jeden Fall machen lassen, ist es geschehen. Ich bin im Vorteil. Ich bin im Vorteil. Ich habe es nicht mehr gefallen. Ich bin im Vorteil. Das Feuer brennt immer mehr. Ich bin im Vorteil. Sie haben es auf mich abgesehen. Naja, ich war mir doch ruhig, Bubi. Guck, ich schau an, oder ist das? Du musst sterben! Du musst sterben! Keine Zeit mehr zu verschwenden. Kein besöhnlicher, stärklicher. Ihr geht mir so bis am Samstag. Einen Schuss. Perkettung? Schon gut. Nee, die kostet mir was. Das seht ihr? 49, das heißt da bräuchte ich ja schon mal 3. 1, komm ich da rüber? 2, 3, dann 4 ne? Ich könnte dich vorknabeln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was ist da was? Das hast du dir auch nie gesagt. Ihr Stärkster ist gefallen. Doch der Kampf geht weiter. 1, 2, 3, 4. Was ist da? 3, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 4. 2, 3, 4. 3, 4. mehr hast du nicht drauf aber noch einmal ein manöver und ich kann natürlich nein 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 wechseln wir zum ghosty das wurde zum brünn hast ich bin immer noch im fokus der fall der schuldigen jedes mal die scheiße du warst unvorbereitet das machen wir auf jeden fall ich schaue zu meinen kollegen zu wissen doch du bist noch mal ganz glücklich sie den ziehen wir verkehrt und 5 1, 2, 3, 4, 5. Ich dachte, ich weiße, dann werde ich die ganze Zeit... Ja, ne? Ah, dich erwische da nicht. Und das dann auch nicht. Du hattest deine Chance, zu entkommen. Erbärmlich. Das machen wir weg. Das Zippen machen wir natürlich. Fast geschafft. Nur noch ein Siegel und es ist vorbei. Klar. Jetzt kommt der Cap. Du hast keine Karten mehr? Nee. Sind da keine Gegner mehr da. Wir bleiben immer noch hartnäckig. Okay. Ein erbärmlicher Versuch der Einschüchterung. Und wenn man schnellen tritt. Ist das der einzige, wo... Nee, der... Vertikal, der da... Den wird man sogar wegbringen, ne? Können wir gleich gegen die Dussi da knallen. Dein Schicksal ist besiegelt. Lauf das nächste Mal, solange du kannst. Und jetzt passen wir auf. Dann tun wir gleich wieder nach Zolle rausklauen. Das ist das Einzige, was man da am Leben hält. So. Losangriffe. Chance. Kraft fürs Regeln. Und keine Schnellkarten, ne? Die ist schnell. Okay. 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 Ich hab da natürlich noch Seelenbindung. Wir sind auch noch da. 1840. Ich bin kein so groß. Hm. 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 Ich hab dich nicht dichter an, wenn... Und dich da drüben an... Ach na, das Beste bin ja ich. Das sieht gut aus. Das müssen wir hinkriegen. So, da haben wir die Seelenbindung weg. Hm. Das ist komischerweise graziell. Sieht mir ganz gut aus, ne? Das kann ich sogar einen großen Angriff machen. Weil das immer letzte Karriere ist. Nee, das riskiert man nicht. Wo are you shitty? Ja. Was ist das? Da kriegst du schon mal das Leben an der Grunde? Hm. Machen wir dich. Du hattest deine Chance zu entfangen. Das wirst du noch bereuen. Ja, vielleicht. Wir werden sehen. Zurückwerfen. Mhm. Das ist auch zurückwerfen. Natürlich schlecht. Das heißt, wir gehen mit Captor her. Ja. Wir nehmen die Bücher zurückwerfen, Karte. Und schmettern die. Das Fündchen auf jeden Fall weg. Ich verzeihe, dass ich nicht vor Angst zitere. Ah, das war's. Können wir zweimal nachziehen? Das lassen wir doch alles. Oh. So. Ja. Ach, scheiße war ich. Ach, scheiße war ich. Da kommen immer noch mehr. Ja... Also... Wer von euch will zuerst? Alle Kosten auf 0. Das bringt aber nichts. weil ich doch gar keine guten katten habe so wie schauts mal aus der ist ja wieder da er hat ihn da du hast die katte ja oder was so scheiße ist doch das vielleicht solltest du dein leben mal gründlich überdenken ok schilder umdreise hat man auch oder sind zu weit weg sind viel zu weit weg was kriegen wir hin was bist du zauber oder was es geht einfach weiter wie kriegen wir das da hin die hat von einem haufen energie hier ist es auch noch besser aber da kriegen wir wenigstens den stein weg alle zwei das darf nicht genug sein na warte was hast du was hast du 352 ich schaffe leider noch ein stein könnte man klingen macht keinen Sinn mehr was ist das ich glaube nicht das ist das wer ist das ist das ich will hier gehen einfach nicht amal ich bin hier es ist es dass wir ich weiß da droht sich die gerechtigkeit gesiegt Der Mechanoschaden muss an der Scheiße sein. Wir sind wieder in die Sonne. Kein Locken bei Football ist mir egal. Nein, ist der Trage. Das wirst du noch bereuen. Mag sein. Zumindest muss ich ziemlich was einstecken. So, da kann ich nichts. So, das war's jetzt erst mal. Wann das da mal rum ist, das verstehe ich auch nicht. Den kann ich nichts machen, ne? Es wird keinen Widerstand geben. Ich stecke hier fest. Das ist nicht schlecht. Wir müssen meinen Hof kennen. Ich bin immer noch im Fokus. ja sie scheinen auf mich fixiert zu sein aber für nichts okay ich muss auch den befreien ich habe natürlich nichts ich will das nur das so steige kappen einsetzen ich habe das lücken kann man mir dann ganz mehr Das ist schon mal ein Segel. Nächstes Adros. Zurückstoßen haben wir nichts mehr nach. Die haben alle Dinge. So scheiße ist das. Dein Schicksal ist besiegelnd. Du warst so schwach für diesen Kampf. Wollen wir machen? Natürlich bin ich das nicht, ne? Dein Schicksal ist besiegelnd. Du bezahlst den höchsten Preis. Was? Das kriege ich nicht weg. Sollten wir die Karten einsetzen? Sollten wir die Karten einsetzen? Sollten wir die Karten einsetzen? Deine Mutter verlässt dich. Sollten wir die Karten einsetzen? Sollten wir die Karten einsetzen? Sollten wir die Karten einsetzen? Muss man durchhalten? Sie haben es immer noch auf Nutzung gesehen. Niemand widersetzt. Sie haben es auf mich abgesehen. So, pass mal auf, wir haben hier einen schnellen Schlag. Natürlich erreicht das nicht, das Ding aber da. Oder da sind wir jetzt wurscht. Hoffentlich sind Sie bereit. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück. So, draufhauen. Und zurückwerfen. Nein, wir fressen nicht. Shit, Rundreise. Ne? Oh, das sieht doch schon mal nicht. Sieht ganz schlecht aus. Oder hier. Oder hier. Ich bin jetzt schon raus. Ich greife an! Für dich ist es so gut! Aha. Zurück? Ne, das geht ja nicht. Warte mal. Oh, das geht. Verstand! Na, das war ja was. Okay. Was sieht's aus? Halten müsste noch nicht. Den möchte ich jetzt weg. Nein, das gibt's ja nicht. Der hat alle noch mal viel. Wenn dann hätte ich gesagt, den da. Ja. Das hat für mich etwas viel. Spüre meinen Ruhm. Okay, jetzt hätte ich bloß nur Heim. Jetzt hat sie natürlich nicht. Kein Heim, nicht Heim. Trägt dich weiter. Das wird eine große Hilfe sein. Ich habe ihr Selbstvertrauen nicht erschüttert. Nein. Du hängst am goldenen Löffel, ne? Das muss ich schon mal sagen. Ja, das war's. 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 Ja. Ja, das war's. Ja, das ist woah. Ja, es ist... Du, dieicki säger. Faust meines Änderungs solving. Ja, das war's. warte mal wenn ihr euch Hexen mal wegbaut schön, wieder im Kampf zu sein und wieder fallen Liliths Diener hey da was vernünftiges machen sollte ich denke wir nehmen da hätten wir mal schnell kommen wir nicht hin ja aber so geht es auch noch größe ist nicht immer gleich stärker jetzt möchte ich mal sagen ich muss Blütschlafen die Zeit ist gekommen Deine Zeit ist gekommen Dein Leiden wird unermesslich sein sie haben ihre Pläne nicht geändert Deine Zeit ist gekommen ihr bester war für uns immer noch nicht genügend so sollen wir jetzt Siegel abschließen Siegel abgeschlossen wir haben es geschafft keine Angst zerbrochenes Gefäß du wirst bald wieder heil sein denn wir sind gesonnen denn wir sind gesonnen wir sind ewig sie und hier sind nie stimmt das Buch bleibt unverscheidend nur K'E'Thon kann K'E'Thon töten nur K'E'Thon nur K'E'Thon nur K'E'Thon nur K'E'Thon k'E'Thon Energie, du! Los! Raus, da! Für dich, mein Kind. Ich bin hier. Geh heim. Geh und lebe. Geh heim. Geh heim. Geh heim. Geh heim. Geh heim. Geh heim. Was? Geht dir vor? Geh heim. Geh heim. Du hast mich gerettet. Geh heim. Uns alle. Geh heim. Geh heim. Wahnsinn, was für ein Kampf. Ja, das war's jetzt. Mit Marsens mit Neuzons. Wir haben's durchgezockt. Die letzte Folge ist jetzt natürlich ein bisschen überlang. Aber ist okay. Ich würde jetzt natürlich auch nicht unterbrechen. Manchmal vergesse ich, wie schön das sein kann. Vergesse ich nie. Ich wünschte, nur alle könnten das sehen. Tja, eine gigantische Wand aus Licht hat uns gerade vom Kreuzweg der Schöpfung direkt in unsere eigene kleine Taschendimension hier in den sonnigen Vororten von Massachusetts teleportiert. Bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nichts mehr unmöglich ist. Ja, das war's. Das war's. Jetzt ging es dir wo jetzt. Ja, das war's. Ich wünsche dir jetzt noch mal. Wir sehen uns. das ganze hier mal ein bisschen leiser machen ansonsten verstehe ich gar nicht mehr ja das spielchen haben jetzt durch ich finde das karten system an sich ist nicht übel es ist echt gut gemacht aber das ruhig lange gequatsche das geht dann so auf den sack mit der zeit am anfang ist es leichter spannend und dann die ganzen dinge da die moment machen kann buchklub und so weiter werkstätten das ganze zeug ich das machen am anfang auch noch interessant sein aber das ewige wiederholen das nervt dann irgendwo zieht einfach das spiel bloß in die länge aber trotz allen hat es war eigentlich ganz gut gefallen muss ich sagen muss ich sagen und ich lasse jetzt den abspannter noch ein bisschen laufen ich lasse den mal ein wenig schneller durchlaufen und dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten let's pay tja ich glaube langsam dass die ältesten nie glaubten wir würden die prophezeiung tatsächlich überleben ich könnte die aufzeichnungen der vishanti studieren wenn die stadt den wiederaufbau des sanktums genehmigt lilith und hann des bindung kontinu schon einmal überwunden und kathar diese geschichte ist noch lange nicht zu ende an nach und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020